Hi, ich bin La Bamba. Hi, ich bin Quaseltonia. Und wir sind die Schokofrösche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schokotratsch. Welcome back. Wir haben eine einzigartige, bisher einzigartige Sache für euch aufgenommen. Und zwar gibt es heute ein kleines Hörspiel von uns. Wir dachten, dass wir nämlich mal eine Fanfiction für euch so richtig professionell vertonen. Genau. Und zwar haben wir uns dafür ein paar Gäste eingeladen, die verschiedene Rollen übernehmen. Wir sind natürlich auch am Start. Und genau, das wird, glaube ich, ziemlich cool. Das wird es auf jeden Fall. Die Fanfiction ist von Lena. Genau, Lena hat uns nämlich erlaubt, dass wir ihre Fanfiction vorlesen dürfen. Die Fanfiction findet man auch auf fanfiction.de. Das werden wir euch auf jeden Fall auch noch unten verlinken. Und sie heißt Carnival of Sins. Wir hoffen natürlich, dass euch dieses neue Projekt gefällt. Bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende, weil da wird es noch ein paar News geben. Genau. Enjoy. Prolog Die Idee Und du meinst, es ist schlau, wenn jeder magisch verkleidet ist und niemand einander erkennt, Minerva? Albus Dumbledore zwirbelte zweifelnd seinen langen Bart. Auch die übrigen Professoren von Hogwarts schienen durch diese Nachfrage des Schulleiters etwas in ihrer anfänglichen Euphorie gebremst. Alle außer Snape. Der war von Anfang an mehr als skeptisch gewesen und hob lediglich süffisant eine Augenbraue. Wie nervierend, sich mit dieser Idiotie auseinandersetzen zu müssen. Zumindest war der Schulleiter auch nicht von Beginn an angetan von dieser Idee der sonst so bodenständigen Lehrerin. Professor McGonagall seufzte gereizt. Ach, nein. Der Lehrkörper wird natürlich nicht verändert sein. Die Schüler müssen ja jederzeit wissen, an wen sie sich wenden können. Sollte irgendetwas unser Eingreifen erforderlich machen? Erklärte sie lapidar. Dumbledore nickte, versonnen und hörte dann schließlich auf, sein Bart zu kraulen. Phileas Flitwick räusperte sich. Ich habe Minervas Idee bereits mit ihr besprochen und ich kann verkünden, dass es mir gelungen ist, die Verkleidungspastillen so zu entwickeln, wie unsere geschätzte Kollegin sich das vorgestellt hat. Er wartete, bis Professor Dumbledore ihn aufforderte, weiterzusprechen. Das hört sich gut an, Phileas. Vielleicht magst du uns zusammen mit Minerva die Einzelheiten erläutern? Snape stöhnte genervt auf und verdrehte die Augen. Kippte der alte Nahr gerade um? Die übrigen Kollegen lauschten aufmerksam den beiden Lehrern. Der Plan war relativ einfach. Es sollte für alle Jahrgänge einen magischen Maskenball geben. Doch der Witz an der Sache war der, dass sich die Schüler ihre Kostüme nicht selbst aussuchen durften. Dazu brauchte es die geheimnisvollen Pastillen von Professor Flitwick. Für jeden Schüler gab es eine. Die Pillen mussten ohne Zuschauer eingenommen werden, damit die Verkleidung geheim bliebe. Zudem wäre es dem verwandelten Schüler nicht möglich, irgendwem seinen echten Namen zu nennen oder den seiner engsten Freunde. Zumindest würden seine Gegenüber etwas völlig anderes verstehen. Auch die Häuser würden unter den Verschweigezaubern fallen. Ich finde das richtig toll! Pomona Sprout klatschte aufgeregt in die Hände. Toll ist das falsche Wort. Bescheuert trifft es eher, schnaubte Severus verächtlich. Nur weil du zum Lachen in den Kerker gehst, heißt es ja noch lange nicht, dass Spaß hier gänzlich verboten ist, erwiderte die Kräuterhexe pikiert. Ihr Lieben, bitte bleibt sachlich, meinte Dumbledore schmunzelnd. Ich finde die Idee in der Tat großartig. Unsere Schüler haben sich ein wenig Licht und Freude in diesen dunklen Zeiten doch redlich verdient. Wie lange hält die Wirkung der Pille an? Und vor allem, wie können wir es bei der großen Schülerzahl gewährleisten, dass die Verwandlungen alle relativ zeitgleich erfolgen? sagte der Schulleiter. Die Wirkung hält etwa sechs Stunden an. Es kann durch Größe und Gewicht natürlich ein wenig variieren, aber da sprechen wir vielleicht von maximal einer Stunde. Erklärte Professor Flitwig sachlich. Dumbledore nickte erfreut. Gut, bleibt die andere Frage, überlegte Albus. Ich weiß zwar nicht, was mich dazu veranlässt, aber da könnte ich vielleicht etwas vorschlagen, seufzte Professor Snape und alle Augen waren ungläubig auf ihn gerichtet. Nur zu, forderte der Schulleiter ihn auf. Seine blauen Augen blitzten amüsiert durch die Halbmundgläser seiner Brille. Severus räusperte sich. Es dürfte hier wohl jedem klar sein, dass wir keine Möglichkeiten haben, hunderte Schüler zeitgleich in kleinen Kabinen zu verwandeln. In Kabinen, die auch noch die Positionen tauschen, damit die anderen Schüler nicht sehen, in was sich ihre Kommilitonen verwandeln. Seine Stimme klang gelangweilt. Ja, das wissen wir doch schon, meldete sich Madame Hooch zu Wort. Severus ignorierte seine Kollegin geflissentlich. Der einzige Ort, an dem dieses hirnlose Unterfangen funktionieren könnte, liegt dennoch hier im Schloss. Seine Kollegen rutschten auf ihren Stühlen nach vorne und starrten ihn gespannt an. Es war so still, man hätte eine Stecknadel fallen gehört. Severus zog eine Augenbraue hoch und sah in die fragenden Gesichter. Wirklich niemand? Das war ja schlimmer als im Unterricht. Genervt verdrehte er die Augen und seufzte. Der Raum der Wünsche? schnarrte er lakonisch. Die Stille im Lehrerzimmer war greifbar. Und dann begannen alle durcheinander zu reden. Erstes Kapitel Recherchen Die nächsten Tage waren für die Professoren reichlich geschäftig. Einzelheiten für den Ball wurden besprochen und genauestens geplant. Eine Inspektion des Raumes der Wünsche hatte ergeben, dass dieser sich tatsächlich an die Anforderungen anpassen konnte. Es gab sogar die Möglichkeit, die verwandelten Schüler über einen lediglich für diesen Abend geschaffenen Korridor direkt von dem Raum im siebten Stock in die große Halle zu führen. Dieses kleine Wunder hatte Dumbledore gewirkt, denn er war ein ziemlicher Experte, was geheime Gänge und verwunschene Korridore anging. Alles war bis ins kleinste Detail geplant. Lediglich die Schüler mussten noch von ihrem jeweiligen Hauslehrer informiert werden. Am Freitag vor dem Event war es dann soweit. Kurz vor Sperrstunde, als alle Schüler bereits in ihren Häusern waren, suchten die Professoren McGonagall, Snape, Flitwick und Sprout die Gemeinschaftsräume auf. Ich kapier das nicht. Wir verwandeln uns also in weiß der Ewigdwas. Und das soll Spaß machen? Ron trommelte mit seiner Gabel auf die Tischplatte. Ich glaube kaum, dass wir uns in etwas Gefährliches oder irgendwas verwandeln, das nicht mehr rückgängig zu machen ist, analysierte Hermine ruhig. Ja, schön, aber wo bleibt denn da ein bisschen der Spaß, wenn ich nicht weiß, wie das ist? Rons Stimme klang leicht nölig. Genau, das ist doch der Spaß, Ron, schaltete sich nun auch Harry ein. Hermine nickte eifrig. Genau, Harry. Ich find's bescheid, maulte der Rothaarige und schaufelte weiter sein Frühstück in sich hinein. Hermine blickte zu Harry, doch der zuckte nur lächelnd mit den Schultern. Obwohl jeder ein ganz anderes Kostüm bekommt, behalten wir unser Aussehen oder die Haarfarbe? Hermine klang furchtbar aufgeregt und Harry musste laut lachen. Mine, Mine, du bist ja richtig Feuer und Flamme. Lass dich doch einfach überraschen, grinste er und schenkte sich Tee nach. Ja, schon klar, aber ich habe so viele Fragen. Die junge Gryffindor warf dramatisch ihre Hände in die Luft und seufzte vernehmlich. Dann wandte sie sich an Fred und George, die das Ganze amüsiert verfolgten. Fragt ihr euch nicht, ob ihr in das Gleiche verwandelt werdet? Die Weasley-Zwillinge sahen sich an und antworteten dann unisono. Ganz klar verschieben. Warum seid ihr mir eigentlich so sicher? Erkundigte sich Ron Count. Weil sonst jeder wissen würde, dass wir es sind, ergänzten sie sich wie so oft gegenseitig. Hermine nickte. Das war einleuchtend. Hauptsache, ich bin heute Abend nicht so hässlich wie du, Ron, unkte Fred und George machte ein würgendes Geräusch. Haha, sehr lustig, zischte der jüngere Weasley. Ihr seid sehr völlig deppert, Mensch. Schimpfte Ron, sprang auf und verließ wütend die große Halle. Hunderttausend hustende Hippogreife. War das wirklich nötig? fragte Hermine tadelnd, grinste aber dabei. Absolut, erwiderten die Zwillinge prompt. Hermine räumte ihr Geschirr auf einen Haufen, damit die Hauselfen es leichter hatten. Lediglich ihre Tasse behielt sie noch. Was hast du heute noch so vor, Harry? Was wohl? Dasselbe wie Hinsamsack. Nachsitzen bei Snape. brummte der Angesprochene säuerlich. Ach ja, stöhnte Hermine. Seit Harry beinahe Draco Malfoy mit einem mysteriösen Zauber aus dem Tränkebuch getötet hatte, ließ Professor Snape ihn jedes Wochenende bei sich antreten. Na dann, ich denke, ich werde etwas in die Bibliothek gehen. Mal sehen, ob ich etwas über den Zauber für heute Abend herausfinden kann. Sie klangen sehr geschäftigt. Harry schüttelte milde lächelnd den Kopf. Das war wieder so typisch für seine Freundin. Frustriert schlug Hermine das alte, in rotes Leder gebundene Buch zu. Bisher hatte sie nirgends auch nur den kleinsten Hinweis auf Zauber dieser Art gefunden. Dabei hatte sie in den letzten Stunden gefühlt jedes Regal durchsucht und mehr Bücher gewälzt, als im ganzen bisherigen Schuljahr zusammengenommen. Aber vergebens. Sie war nicht wirklich schlauer als zuvor. Zwar hatte sie ein paar Möglichkeiten entdeckt, wie man sein Aussehen leicht verändern konnte, aber das war alles entweder nur von relativ kurzer Dauer oder permanent. Beide Optionen fielen offensichtlich flach. Ärgerlich räumte sie ihren Arbeitsplatz auf und ging schlecht gelaunt zur großen Halle, in der das Mittagessen bereits begonnen hatte. Und? fragte Harry sofort neugierig, als sie sich setzten. Ach, frag bloß nicht. Keine Chance, etwas herauszufinden. Missmutig häufte sie sich Fleisch, Kartoffeln und Soße auf ihren Teller und griff nach der Gemüseplatte, die die Hauselfen gerade wieder aufgefüllt hatten. Harry schien ein wenig enttäuscht zu sein, war jedoch schlau genug, seine Freundin nicht mehr darauf anzusprechen. Früher oder später würde sie schon von sich aus mit Einzelheiten herausrücken. Doch Hermine schwieg eisern. Wie können wir es bloß schaffen, dass wir uns nachher auf dem Ball erkennen? Er hatte seine Gedanken laut ausgesprochen und einfach als Köder für seine Freundin in den Raum geworfen. Hermine griff ihn auf. Wenn ich McGonagall richtig verstanden habe, wird es uns nicht möglich sein, zu verraten, wer wir sind oder aus welchem Haus wir kommen. Sollten uns auch Handzeichen auf irgendeine Weise unmöglich sein oder durch die Verzauberung undeutbar werden, bleibt uns eigentlich nur ein fester Treffpunkt, denke ich. Überlegte die junge Hexe. Harry grübelte einen Moment. Ja, das scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Aber meinst du nicht, dass es ziemlich voll sein wird? Ich meine, es könnte schwierig sein, zu erkennen, ob wir gewollt an dem Ort stehen oder sonst wer dort einfach nur herumlungert. Gab er zu bedenken. Super, wir baten wir laut den Fremden. Nuschelte Ron mit vollem Mund. Ein Tropfen Bratensauce lief ihm übers Kinn. Hermine hob eine Augenbraue, wie Professor Snape, und sagte kopfschüttelnd, Also Ronald werden wir bestimmt am Buffet finden. Harry lachte prustend los. Oder auf dem Mädchenklo, riefen die Zwillinge gleichzeitig und wierten über ihren eigenen Scherz. Nach dem Essen sprach Dumbledore noch einmal kurz zu den Schülern. Der Schulleiter erinnerte sie daran, dass sie sich alle um Punkt 5 vor ihren jeweiligen Gemeinschaftsräumen einfinden sollten. Und bitte vergesst nicht, dass ihr eure Zauberstäbe in euren Schlaf sehen lasst. Eure Hauslehrer werden das überprüfen, wenn sie euch abholen und zum Verwandlungsort begleiten. Auf dem Fest werdet ihr keine Magie brauchen. Für etwaige Notfälle werden die Professoren natürlich einsatzbereit vor Ort sein. Diese sind im Übrigen nicht maskiert und können mithilfe eines geheimen Spruchs auch hinter eure Maskerade blicken, sollte das aus irgendwelchen Gründen erforderlich sein. So, und nun nutzt die Zeit und tankt ein wenig Kraft vor diesen spannenden Abend. Er wedelte mit den Armen. Es fehlte nur noch, dass er »Husch, husch« sagte. »Der hat gut drin. Gemütlicher Abend.« murmelte Ron, als sich das Trio mit der restlichen Schülerschar auf den Weg aus der großen Halle machte. »Ach, halt einfach die Klappe, Ron«, rief Hermine erbost und drängte sich unsanft an ihm vorbei und hätte ihn dadurch beinahe zu Fall gebracht. Auch wenn sie bei ihrer Recherche keinerlei brauchbaren Informationen gefunden hatte, war Hermine trotzdem noch freudig gespannt und konnte den Abend kaum erwarten. Warum wusste sie nicht genau zu benennen, aber irgendwas sagte ihr, dass sie diesen Maskenball nicht so schnell vergessen würde. Da konnte sie das Gemaule von Ron jetzt wirklich überhaupt nicht gebrauchen. Manchmal fragte sie sich, was sie eigentlich an ihm fand. Es gab hin und wieder echt Tage, da hätte sie ihn auf den Mond hexen können. Oder sonst wohin. »Ginny, warte auf mich!« rief Hermine der jüngsten Weasley hinterher und begann zu laufen. »Hey, na? Kommst du auch noch mit raus?« wollte diese wissen, nachdem Hermine zu ihr aufgeschlossen hatte. »Gerne, Hauptsache weg von Ron und seiner furchtbaren Laune.« schnaubte Hermine und rollte theatralisch mit ihren bernsteinfarbenen Augen. Ginny lachte und hakte sich bei ihrer Freundin unter. Gemeinsam gingen sie durch das Portal und betraten die Freitreppe, die auf den Hof führte. »Hoffentlich werde ich mich in was absolut Umwerfendes verwandeln und dann muss ich nur noch Harry ausfindig machen!« meinte Ginny im Plauderton, nachdem sie ein Stück gegangen waren. Hermine sah die jüngere Hexe neugierig an. »Ginevra Molly Weasley, du hast doch etwas vor!« bohrte Hermine sofort nach. Ginny grinste breit und wackelte anzüglich mit den Augenbrauen. »Wer weiß!« flötete sie verschmitzt. Hermine öffnete und schloss den Mund. Schließlich warf sie zweifelnd ein. »Aber was, wenn du Harry gar nicht findest?« Ginny wedelte abwehrend mit der Hand, als wolle sie eine Mücke verscheuchen. »Ach, poppala papp! Letztendlich ist es doch egal, ob es wirklich Harry ist oder sonst wer. Ich meine, wir werden ohnehin nicht, wie wir selbst aussehen. Und letztlich ist das Auge ja auch noch mit. Viel wichtiger ist doch, dass mich niemand erkennt und da kann man doch völlig losgelöst an die Sache herangehen.« Hermine stolperte und starrte Ginny fassungslos an. »Ginny!« »Was?« Hermine war sich nicht sicher, was und ob sie überhaupt etwas sagen sollte. »Das konnte ihre Freundin doch nicht wirklich ernst meinen.« »Hast du dir eigentlich selbst zugehört?« verlangte sie zu wissen. Ginevra lachte auf. »Mine, du müsstest jetzt mal dein Gesicht sehen. Herrlich!« Hermine funkelte sie an. »Bei Merlins ausgebeultem Feinripp-Schlüpfer. Willst du mich ärgern?« »Nein, nein. Komm, entspann dich. Überleg doch mal, Mine. Heute Abend sind wir frei. Richtig frei. Niemand weiß, wer wir sind und was wir tun oder ob wir uns merkwürdig verhalten. Es gibt quasi für uns kein Morgen. Wir sind für sechs lumpige Stunden frei. Das ist doch super,« erklärte Ginny ihre Gedanken. Hermine seufzte unbehaglich. Wohl irgendwo hatte Ginny ja recht. Niemand würde beim Frühstück mit dem Finger auf sie zeigen. Kein Getuschel auf den Gängen oder kompromittierende Zettelchen, die im Unterricht weitergereicht wurden. »Ich fürchte, das stimmt wohl irgendwie.« ergab sich Hermine schließlich. Trotzdem, so ganz überzeugt war sie noch nicht. Diese Gedanken würden sie sicher noch eine ganze Weile auf Trab halten. Ja, das war sie, die Fanfiction von Lena namens »Carneval of Sins«. Das war jetzt allerdings nur ein ganz kleiner Bruchteil von ihrer Fanfiction. Wie gesagt, den Rest findet ihr bei fanfiction.de. Also, wenn ihr Lust auf mehr bekommen habt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich kann euch schon mal verraten, es wird wild hergehen. Ja, falls ihr es gelesen habt, dann könnt ihr uns in den Kommentaren oder auf Insta ja mal schreiben. Das würde mich tatsächlich auch interessieren, ob ihr da weitergelesen habt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an Lena, dass sie uns das ermöglicht hat, dass wir das vorlesen durften. Yay, das ist so cool. Und natürlich auch einen ganz lieben Dank an alle, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Ich war ja der Erzähler und Ginny. Und ich war Hermine und Flitwick. Hi, ich bin der Marius und ich war Harry und ich war Madame Hooch. Ich bin Robben und ich war Snape. Hallo, liebe Schokofräsche, ich bin die Nasti und ich war einmal Minerva und einmal die Sprout. Ich bin Basti und spreche den Ron. Hallo, ich bin Mimo und ich habe Dumbledore und die Zwillinge gesprochen. Und wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, haben wir unseren neuen Merch gelauncht. Woooo! Genau, und in der Infobox findet ihr den Link im Zweifel nochmal, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Der ist richtig schön geworden. Es gibt so viele coole Sachen, Leute. Ja, eine Neuheit ist, das gab es noch nie, es gibt ein Poster mit unseren Unterschriften. Ja, weil ganz viele ja immer nach unseren Autogrammen fragen und dann dachten wir, das ist vielleicht die beste Lösung. Genau, und gibt es in A4 und A3 und genau, dann ist uns noch aufgefallen, dass einige von euch vielleicht gar nicht wissen, dass man, wenn man auf einen unserer Hoodies klickt oder auf unsere, eins unserer Produkte, man runterscrollen kann und dann manchmal noch weitere Optionen findet. Zum Beispiel bei den Hoodies findet man dann noch die Sweater, also die, die keine Kapuze haben und ich glaube, bei dem neuen Merch sogar auch T-Shirts, ne? Ja. Genau, da müsstet ihr nur ein bisschen weiter runterscrollen auf der Seite und dann auf das andere Produkt klicken und dann erscheint das als erstes. Wenn euch ein Motiv gefällt, dann könnt ihr einfach auf das Motiv klicken, ob das jetzt ein Hoodie oder ein T-Shirt ist oder was auch immer und manchmal habt ihr dann eben die Option, das auch in einem anderen Produkt noch auszuwählen, dieses Motiv. Genau. Was jetzt aber auch noch ist, ist, dass einige Dinge nur in diesem Sommer verfügbar sein werden, also quasi eine Limited Edition. Genau. Das sind unsere Sommersachen, die man auch quasi im Sommer hauptsächlich trägt, das sind nämlich unsere Pflanzenmotive, also die Blume mit dem Frosch und die Monstera mit dem Frosch, aber auch die Eiscremestube. Was super cute ist. Ja. Die Eiscremestube wird uns dann auch nach dem Sommer verlassen, also nicht uns, sondern unseren Merch-Shop. Die Eiscremestube wird für immer in unseren Herzen überleben. Genau, also falls ihr dieses Motiv noch haben wollt oder bisher gezögert habt, dann habt ihr jetzt in diesem Sommer noch einmal die Möglichkeit zuzuschlagen, bevor es diese Produkte oder diese Motive dann zum Herbst hin nicht mehr geben wird. Genau. Mit dem genauen Datum können wir euch ja dann nochmal Bescheid geben, wenn es, genau, wenn es dazu kommt. Also es wird auf jeden Fall dazu kommen, aber wann es genau soweit sein wird. Genau, bis dahin stöbert gerne noch ein bisschen und schickt uns gerne auch Bilder, wie ihr unseren Merch tragt. Yay. Gerne auf Insta. Das haben schon einige von euch gemacht, das ist immer ziemlich cool. Und dann, ach, ich habe noch eine Eulenpost. Ach ja. Und zwar haben wir die auf Apple Podcast gefunden von Gerd Ziu Opü So ist der Name, ich werde das jetzt nicht nochmal wiederholen. Und die Person schreibt, Hedwig ist da, mein Brief. Hallo liebe Schokofrösche, ich liebe euren Podcast. Er ist lustig, trotzdem informativ und einfach nice. Herz, Stern, 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 Stern. Mehr als fünf Sterne von mir. Übrigens, alles Liebe für euch, Marius, Basti und die kleine Kaulkorpe. Nun zu meiner Frage, würdet ihr eher Sucher, Treiber, Hüter oder Jäger sein? Zeitens, wenn ihr einen Zauberspruch für immer haben könntet, aber nur diesen einen, welcher wäre es? Ich liebe euren Podcast, Hedwig zwickt euch liebevoll am Ohr. Könnt ihr liebend gerne vorlesen, wäre mein allergrößter Traum. PS, Idee zur Abmoderation, nicht böse gemeint. Und jetzt lässt Antonias Blase nach und Ambers Akku verschwindet. Also tschüss und noch einmal, ihr seid die Besten. Finde ich gut. Das wäre eine gute Idee mit der Abmoderation. Das können wir jetzt immer so machen. Ja, weil das ist auch immer so der erste Satz, den ich zu hören kriege, wenn wir alles abgeschaltet haben. Oder mittendrin. Wie viel ist es denn noch? Weil ich muss auf Klo. Naja, bei mir ist eher so, es ist nicht der Akku von meinem Handy, der dann nachlässt, sondern normalerweise ist es von meinen AirPods. Kenne ich auch, das Problem. Das sind halt auch nicht mehr die Jüngsten. Die erste Frage war, welche Position beim Quidditch, ne? Genau, die haben wir beim Q&A letzten Saison schon beantwortet. Ich würde, glaube ich, am liebsten Jäger sein. So Tore werfen und so. Wobei, ich kann nicht gut werfen, ich würde es lieber schießen, aber so, das ist eher mein Ding als irgendwie Hüter oder so. Also Hüter, das wäre mir zu viel Verantwortung, genauso wie Sucher. Ich würde auf keinen Fall Sucher sein wollen. Nein, würde ich auch nicht wollen. Vermutlich würde ich mich, ich könnte mich als Treiber, wahrscheinlich würde ich das machen, weil ich glaube, da würde ich am wenigsten auffallen, wenn ich wie beim Fußball in der Schule einfach nur so ein bisschen so Alibi-mäßig anwesend bin. Das finde ich nicht gut. Das mit den Klatschern ist natürlich doof, aber ich könnte einfach sagen, sorry. So als Treiber zu sagen, ich bin nur halbherzig anwesend, ist auch gefährlich für alle Mitspieler. Ich war im Fußball in der Schule immer Abwehr und ich war ja körperlich anwesend, aber ich habe ja nicht tatsächlich was dazu beigetragen, dass wir in der Defense stark waren. Das heißt, ich könnte das auch als Treiber, glaube ich, machen und würde dort auf der Position am wenigsten Schaden anrichten. Unfug veranstalten können. Das wäre so. Sonst gerne auch Zuschauer, ja. Ich könnte auch chillen. Das fände ich auch cool. Das wünsche ich mir dann für mein nächstes Heimspiel beim Fußball. Ich bin mal zu Schulzeiten als Chili da in den Karneval gegangen. Ja. Ich erinnere mich. Das finde ich gut. So, die zweite Frage ist, wenn ihr einen Zauberspruch für immer könntet, aber nur diesen einen, welcher wäre es? Also meiner ist und bleibt einfach Akio, weil das ist so entspannt, wenn man einfach alles herzaubern könnte. Und das ist auch einfach im Alltag praktisch. Was will ich denn im Alltag mit Alomora oder so? Das benutzt man ja nie. Ja. Oder irgendeinem Fluch beim Kampf. Das ist ja Quatsch. Ja, oder Vingardium Leviosa würde auch nicht so viel Sinn machen, weil, also es ist in manchen Situationen halt praktisch, aber wahrscheinlich ist Akio tatsächlich so ein Allrounder. Wobei, was deckt Ratzeputz ab? Ja, good point. Wenn das nämlich so ein bisschen so haushaltstechnisch mit einzubauen wäre, dann wäre das natürlich, also wenn ich jetzt meinen Boden wischen könnte oder so. Okay, wir einigen uns auf einen Haushaltszauber. Ja, genau. Ja, das finde ich gut. Also es wäre natürlich in der Partnerschaft gut, ich würde dann auch davon meine Partnerwahl, also würde ich davon auch, also abhängig machen, genau. Wenn ich schon Ratzeputz kann, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das sauber macht, dann würde ich wollen, dass mein Partner einen anderen praktischen Zauber hat, weil es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn wir den gleichen hätten. Nee, das stimmt. Sehr dumm. Ja, sehe ich auch gut. Also dann würde ich sagen, Zaubersprüche über Liebe. Mhm. Scheiß auf Gefühle. Weil. Oh, voll der Abturner, du kannst auch Ratzeputz. No match. Ja. Einfach so. Ja. Ja, das war doch sehr unterhaltsam. Ja, aber sehr coole Eulenpost. Vielen Dank. Und dann sind wir auch schon hier durch. Ja, das ist eine kurze, knackige Folge, aber ich hoffe, ihr wisst, dass es wirklich viel Aufwand war mit den verschiedenen Gästen, die hier das alles extra eingesprochen haben. Also genießt es. Genau. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Da geht es auf jeden Fall auch wieder ein bisschen länger, versprochen. Nur diese Woche hat es leider nicht zu mehr gereicht. Und ich finde, es war trotzdem sehr aufwendig. Ja, voll. Es war wirklich aufwendig, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil es hat nicht jeder ein gutes, qualitatives Mikrofon mal eben zu Hause rumstehen. Nee. Nicht mal wir. Ja, das war True, true, true. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche. Genau. Und macht's gut. Tschüss. Alles ist cool. Alles ist cool. Nein, schneid das raus. Und dann hoffen wir, dass euch die Folge natürlich gefallen hat, auch wenn es kurz und knackig war. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr diese Fanfiction fandet und ob ihr Lust habt, dass wir sowas nochmal machen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Macht's gut. Und hier, weil es so lustig war, noch ein paar Outtakes. What? Ich habe mich nervös. Nochmal. Ach, frag, Brot. Ach, frag. Oh Gott, mein Hasswort. Kommilitonen. Kommilitonen. Du musst ja nichts für deine Sörer haben. Ja, genau. Kannst du auch. Ja, okay. Ich versuch's nochmal. Mit Studierenden. Was für ein geiler Lied. Der Test ist super. Es geht los. Mine, Mine. Meini, Meini. Was ist denn besser? War das gut oder war das gut? Hauptsache, ich bin heute nicht so... Hauptsache. Murren ist immer das gleiche. Emotionen brauchst nicht dazuschreiben bei Bayerisch. Ich kapier das nicht. Wir verwandeln uns also in was I was Ne, was das ist falsch. Ich spreche auch immer anders. Siri hat sich angeschalten. Siri mag Bayerisch nicht. Okay, nächster Tag. Klappe die zweite. Das muss erstmal runtergegessen werden. Haha. Sehr lustig. Nein, lustig ist. Lustig. Na, wir haben keinen Humor. Wir kranteln nur den ganzen Tag rum. Darf ich da stattdessen sagen, super, wir Party mit lauter Zurgräuste? Nein, darfst du nicht. Das sind bei uns Fremde. Ich weiß. Darf ich sagen, wir Party mit lauter Preißen? Auf keinen Fall. Ja, aber kein Bayer würde sowas sagen. Der hat gute Reden, spannender Abend. Gemütlich, gemütlicher Abend. Bei uns ist gemütlich und spannend genau das gleiche. Ich bin ein Toast-Esser. Der macht Kung-Fu-Fighting. Ich habe deinen Laptop vollgekrümelt. Ja, hast du und zwar nicht wenig. Nein, es sieht aus wie als wäre jetzt ein Tablet. Weiter? Ja, alles. Wie habe ich denn jetzt geredet? Willst du es nochmal hören? Ja. Nee, lieber doch nicht. Was wohl? Dasselbe wie jeden Samstag. Nachsitzen bei Snape. Kannst du es vielleicht ein bisschen genervt sagen? Anstatt zu sprühen. Wie können wir es bloß schaffen, dass wir uns nachher auf dem Ball erkennen? Ist das gut? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? nicht dahinter machen. Es reicht, wenn du einfach mal so ein Pfff. Pfff. Okay, danke. Ich bin ans Mikro gekommen. Ich bin die Nasti und ich war einmal Prouch und einmal Mac... Prouch? Prouch. Ich war nicht Prouch. Prouch ist Proud. Prouch ist Proud. Ich bin die Prouch. Ich... Sprout. Mann, warum konnte ich das nicht? Hallo, ich bin die Nassi und ich bin die Minerva und einmal die Sprout. Ich sag, ich bin Nasti. Nein, ich sage natürlich nicht Hi, ich bin Antonia. Und ich war Hermine und Flitwick. Und Nisrin? Flitwick. Und wir bestimmt schon mit der Dapadu haben wir unseren neuen Launch gelauncht. Och Mann. Launch gelauncht. Und wie wir... Die Nisrin hatte manchmal so ein Plakat gebastelt mit dem Namen meines alten Vereins von meiner Heimat und war dann auch manchmal bei Spielen. Und hat das hochgehalten. Ja, das dann hochgehalten. Witzig. Ich erinnere mich sogar noch. Als einziger Fan in diesem Mädchenfußball. Aber Nisrin war relativ oft auch auf Spielen. Ja, spieler oft da. Ich glaube gar nicht so wenig. Richtiges Fangirl. Ja, mein Papa war natürlich auch immer dabei, aber sonst hatten wir nicht so viele Zuschauer. Und wie Sie haben noch so viele Zuschauer. Ich weiß nicht so jemals. Wenn ihm von Jhen auf dem was sie war, bin ich so viel. Ich weiß nicht so jemals. Ich weiß nicht so jemals. Vielen Dank.